Bitcoins als neue digitale Währung hat eindeutig Vorteile. Die Vorteile liegen in den günstigen Transaktionskosten, liegen in der schnellen Processing, Peer-to-Peer. Und diese Vorteile werden die Währungswelt verändern. Ob es dann an Bitcoins selbst liegen wird, mag man bezweifeln, aber das ist auf jeden Fall ein Verdienst. Bitcoins haben auf dem Weg zum Massenmarkt auch ein paar politische Hürden zu nehmen. Es ist sowohl in den USA als auch in Deutschland, in Europa so, dass die jeweiligen zentralen Banken die Aufgabe haben, die Geldmenge zu kontrollieren. Wenn Bitcoins nennenswerten Umfang eingesetzt werden, wird man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und Bitcoin als freifließende Geschichte steht dann logischerweise vor politischen Hürden. Ähnliches gilt für andere Gesetze außer Kreditwirtschaft und Risk Management. Das sind Probleme, die gelöst werden müssen, was nicht so einfach ist. Das größte Problem, was ich bei Bitcoins in der Struktur sehe, ist die Deflationsgefahr. Die Menge ist auf 21 Millionen begrenzt. Das heißt, es besteht ein Anreiz, Bitcoins zu halten und nicht auszugeben, weil sie tendenziell immer wertvoller werden. Und das ist dann auf der anderen Seite für ein gesamtes Währungssystem schädlich, weil es eine Deflation in sich mitbringt. Das ist dann auf der anderen Seite für ein paar Jahre.